Heyo Freunde, mein Name ist Alex, ihr seid auf dem Channel Free, auf dem offiziell knusprigsten Channel auf ganz YouTube Deutschland und ich muss euch hier ein kurzes Infovideo liefern, denn leider, leider musste ich das Event, was eigentlich für heute 19 Uhr angesetzt war, auf morgen 19 Uhr verschieben. Das hat den Grund, dass meine Familie es nicht so gerne hat, konkrete Zeiten zu nennen, sondern zu sagen, ja, vielleicht sind wir dann wieder zu Hause oder ach, vielleicht sind wir ab dann weg. Deswegen müssen wir uns auf morgen verschieben, da habe ich aber definitiv genug Zeit. Hier im Hintergrund kann man ja vielleicht schon mal erahnen, was das so wird. Ich werde wahrscheinlich heute so gegen 15, 16 Uhr in die Richtung Livestreamen, also nehmt mich da nicht beim Wort, aber ich habe es eigentlich vor. Deswegen würde ich mich mega freuen, wenn ihr auch schon heute dabei sein würdet und ja, an alle Teilnehmer und Zuschauer, das Event wird auf morgen 19 Uhr verschoben. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten und hoffe, dass dabei niemand zu Schaden kommt. Ich hoffe, wir sehen uns dann noch im Livestream und wünsche noch jedem von euch einen ganz wunderschönen Samstag. Haut rein, tschüss.